Musik Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legions Hier auf meinem Kanal, klick oder komm, wenn es wind Und los geht's Gut Ich folge euch bis in die Hölle und wieder zurück Haha, der war gut, ihr habt den Klotz am Bein Aber okay, wir kriegen das irgendwie hin Okay, der ist schon abgegangen Okay, 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 okay Waffen, ja, kommen die auch Hier Waffe Elektro, nehmen wir auch mit Was liegt hier? Einfacher Brustpanzer, yes Eine zweite Knarre, ja Eine Pampi, auch schön Gut, waffenmäßig sieht es eigentlich stabil aus Aber können Was ist das denn? Ah, ich bleib mal bei der Pamp Pamp und das hier Puh Ein Rucksack Kann man da mehr Muni aufsammeln? Oh ja, Munition Meine, meine, meine Und Ist hier jemand? Ist hier jemand? Nice Wollen wir nicht fighten? Nein Alter, kommt schon Das gibt's doch nicht Ich hab ne Pamp gehabt Warum bin ich denn tot? Wart auf mich Ich komme zu dir Ich hatte ne Pamp Danke Super, geil Danke Oh, wo? Nesslich hab mein Team Genau in die Scheiße geritten Sicher? Da kamen die Bösen her Okay Warte, warte Ach, das sind nur Schilde Scheiße Na toll Wartet auf mich Gehen wir hier lang? Ja, ja Heidrone ist schön Oh, Mann Ist das gut Alter, mein Team Muss mit mir hier Als nur fighten Alter Ich bin so eine Behinderung Ich helfe mich auch Okay Wir müssen da nicht hin Wir müssen chillen Ich folge euch Ich hab keine Ahnung Ich bin so Also Ich bin ja nicht gut In den meisten Games Aber hier bin ich richtig scheiße Ich mach ne R-301 Ich mach ne R-301 Ich mach ne R-301 Ich mach ne R-301 Stufe 3 Ich hab hier ein Evo-Schild Stufe 2 Hab ich ne R-301 Oh, hab ich Scheiße Ich ne glaub ich mal die Pampe Oh, yes Ich brauch das Ja, ja Ich komme Super Danke Team Ihr seid die Besten Ich mach mal ein bisschen Muni Für was anderes Auch mit Kinder Was ist das? Ne Sniper? Oder DMR? Mist Ich komm mal Ich komm Ich komm Ich bleib Wartet auf mich Ich bin da Gehen wir hier lang? Ich hoffe wir gehen hier lang Bin ich zu schnell? Wo ich bin? Was ist ne Anpassung? Ich glaube dass ich nicht so ruhig bin Was ist ne Anpassung Okay Wir kriegen jetzt ne gescheite Runde hin Glaub ich Okay, okay Komm Komm W-Dopplungs Hier lang Oder noch da Oder noch da Oh, das ist ein MP LMG Oh man Ich treffe doch sowieso nicht Wartet auf mich Alles verstanden Hier ist ne Todeskiste Ich komme Ich komme Ich habe keinen Plan Was ich hier tue Ehrlich Was ist ne Todeskiste? Ah Ah Den Gegner looten Evo 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 Schild Turbolader Okay Ich komme Wartet auf mich Das ist sehr schön Glaube ich Kann ich nix mit anfangen Danke Oh man Wartet auf mich Kinder Wenn ich ohne euch bin Sterbe ich Oh, oh Das ist scheiße Oh mein Gott DB Ich bin so scheiße In dem Spiel Oh, cool Eine Feldzelle Ja, das ist gut Boah, ist die besser Als meine? Ne, die hatte ich ja Vorhin Ne, die nehmen wir nicht Wartet auf mich Was sind wir in der Schildzelle? Was ist das? Mobility spawnen Oh, dann machen wir Das weg Warte doch nicht Hilfe Hilfe Eine Flatline? Wir haben eine Flatline Flatline? Mein Baby Flatline, Flatline Okay, fieses Magazin Was ist hier? Ein was? Ich kann nicht mehr aufnehmen Cool, hab ich schon Wer war das? Ich bin irgendwie voll ausgelastet Was ist das? Ich hab doch ein Evo Schild Ich tausche halt Evo gegen Evo, aber ist okay Danke für die Markierung Warte, wir kommen Mein Gott ey, das ist ein Spiel, das ist nicht für mich Ich bin eigentlich ein guter COD Spieler, wie man gesehen hat bei Cold War Nein, doch nicht Ich hab zwar ein Evo Schild Du was? Warum machst du das? Okay, sorry für die ganz langweilige Runde, ich bin auch nicht sehr schnell unterwegs Halt mal, ich hab doch sowas Oh cool Ich kann sowas? Ist ja geil Ja, ich kenn den Charakter nicht Oh, ich hab auch einen normalen Enterhaken Cool Ich kenn meinen Charakter sehr gut Ein Helm, ein Helm, ein Helm, ein Helm Kann ich jetzt mehr mitnehmen? Kann ich jetzt mehr mitnehmen? Ja, warte auf mich, ich bin nicht so schnell Ich bin schneller dran Und los geht's Oh kacke, wo seid ihr? Hä? Mist Ey, wo sind zwei? Ich bin bei euch, Kinder Nein, regen schließt sich Wir sind alle im Ring, gut Ziel gesichtet Feuer Wir positionieren uns hier neu Achtung, liefere Kehrpaket aus Sieht aus, als käme da ein Kehrpaket Immer gute Sachen drin Okay, wenn ihr es sagt Ich seh kein Ziel Ich seh nur die Zone Ach da Okay, dann gehen wir drauf Nein Nein Ich bin so im Danke Danke, sehr schön Nein Okay Scheiße Okay Warte auf Abholung Kriegen die mich noch, oder war's das? Okay, die lassen mich zurück Sehr schön Das war's, danke fürs Zusehen Ich wünsche euch einen schönen Tag Einen guten Morgen und noch besseren Abend Ich bin hier mit raus Pi-